Und noch einen. So. Okay. Okay. So. Okay. So. Genau. Das ist aus allem doch schon sehr anstrengend. Okay. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Ah, das sind noch ein paar mehr, oder? Ah ne, das war der letzte. Das sind die beiden letzten, ne? So. Oh, da sind schon Leute dran. Das nehmen wir doch mit, oder? Ah, ihr Narren, ich werde zurückkehren. Natürlich. Genau. Siehst du mal? Und der, da hatten wir ja sogar Hilfe. Viel besser geht's ja gar nicht. Hier hoch? Nö. Orientierung. Wie gesagt. Nicht mein Freund. So. Okay. Letzter Boss. Was? So. So. Hier mal hat die Viecher hasse ich. So. Ich lade gerade meinen Bogen nochmal auf. Na, wo ist er? Hallo? Hm, dann müssen wir wohl warten, bis der kommt. Ah, da ist er ja. Guck mal hier. Na. So. Das war's. Geschafft. Wir haben's. Juhu. Dann würde ich sagen, ich springe mal nochmal zurück. Warte mal, was ist mit dem Bild los? Naja, ich springe mal nochmal zurück. Ah, warte mal, dann mach mal. Ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Da sind noch ein paar. Ja. Das wäre ein schrecklicher Geruch. Er macht mich wohl. Okay. So. Okay. 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 Ich bin ja mal gespannt, was da noch kommt. Ich bin ja mal. Ich bin ja mal. Ja. Juhu. Das sind viele Monster. Upsa, ach ihr zwei noch, na nöchen. Die waren ja eklig. Hat Kapitän Kätzchen euch angeheuert? Ah ja. Den hatten wir noch gar nicht. So, aber jetzt, oder? Juhu! 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 Okay. Gut. Dann gehe ich jetzt auch mal raus. Ah, nach Rift. Okay. Ich porte einfach mal nach. Nach Rift, nach Rift, nach Rift. Ähm, ja. Habe ich jemanden in Rift? Nee, ist aber egal. Ich poppe mich irgendwo hin. So. Ah. Okay. Brauchen wir da einen eigenen Schrein für? Das kenne ich gar nicht. Okay. Ah ja. Gut. Ah da. Genau. So. Okay. Bin unterwegs. Okay. Ah, okay. Ah, okay. Da bin ich. Da bin ich. Ein Mammut. Noch eins. Hier war ich noch gar nicht. Oh. Hier war ich noch. Hier war ich noch gar nicht. Hier war ich noch gar nicht. Hier ist noch einer. Ah, okay. Immer nur eine mit. Ja, ich finde Mammuts an sich eigentlich schon sehr, sehr niedrig, aber ja, die machen schon ganz viel Schaden. So. Stop. Oh Gott. Okay, auch tot. Okay, da haben wir jetzt kein Problem, weil das sind Endgegner. Wenn die so ohne weiter Sinn kriegen, weiß ich nicht. Okay, das ist ein Problem. Das war's für heute.